Hallo und herzlich willkommen zu meinem Monatsrückblick, September, zu meinem Lesemonat. Ich habe hier wieder mein kleines Büchlein, in das ich alles eintrage, was ich lese, was ich sehe, was ich eventuell auch gehört habe. Hier haben wir mein Deckblatt für September. Hier steht, you gotta keep going to keep growing. So, und dann starten wir doch mal damit, was ich hier eingetragen habe. Und wir starten wie immer mit der Kategorie Bücher. Gelesen habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bücher. Das ist auch mein Schnitt sieben Bücher. Allerdings waren zwei Bücher Comics. Und die sind ja in einem Abend gelesen. Es zählt also irgendwie vielleicht nur als eins. Also ich war überrascht, dass ich so wenig eigentlich gelesen habe im September, aber dafür habe ich ein paar mehr Sachen geguckt. Und das zeigt sich dann meistens, wenn ich mehr gucke, dass ich natürlich weniger Zeit habe zum Lesen. Aber gehen wir rein in die Bücher. Ich habe gelesen, Herzen hören. Das war so ein schönes Buch. Es geht darum, dass... Es geht... Es startet mit einer jungen Frau. Und ihr Vater verschwindet von heute auf morgen. Und sie beschließt dann irgendwann, ihn suchen zu gehen. Sie hat einen Brief gefunden, einen Liebesbrief, den er einer anderen Frau als ihrer Mutter geschrieben hat und begibt sich zu dieser Adresse. Und dort entdeckt sie die Lebensgeschichte ihres Vaters. Weil verrückterweise wissen weder sie noch ihre Mutter etwas über die ersten 20 Jahre ihres Vaters. Und es ist eine unglaublich bewegende Geschichte, sowohl im Persönlichen, also dass es dem Vater passiert ist, als auch diese Liebesgeschichte, die da mit dran hängt. Es ist unglaublich wundervoll. Und trotzdem hatte ich immer wieder beim Lesen dieses... Aber warum hat er das getan? Warum hat er die Tochter zurückgelassen? Warum hat er sich für diese eine Liebe und gegen diese andere Liebe entschieden? Und hat er das überhaupt? Oder ist das nur mein, von der Gesellschaft geprägtes Denken, was hier spricht? Und deswegen habe ich auch wahnsinnig lange für das Buch gebraucht. Es ist ein sehr, sehr dünnes Büchlein, aber ich habe lange, lange gebraucht. Weil man langsam liest, weil man viel darüber nachdenkt, was man liest. Und weil die Geschichte einen einfach auch so emotional packt. Aber kann ich euch sehr empfehlen. Ich habe mir auch direkt Teil 2 besorgt. Habe ich noch nicht gelesen, möchte ich aber definitiv auch noch tun. Dann habe ich als zweites Buch 3 Women gelesen. Habe ich ja auch sehr gemocht. Habe ich in meinem Reading-Blog ein bisschen ausführlicher auch darüber gesprochen. Es ist die Geschichte von drei Frauen. Und zwar, und das wird dann erst tatsächlich im Nachwort aufgedeckt, diese Geschichten sind tatsächlich so passiert. Und als ich das gelesen habe, also gerade die eine Geschichte, dass das tatsächlich so vor Gericht passiert ist. Also wir begleiten drei Frauen. Und es wird immer kapitelweise zwischen den Frauen gewechselt. Da muss man sich am Anfang des neuen Kapitels immer kurz... Welche war das jetzt? Ah, okay, kann weitergehen. Wir begleiten drei Frauen. Eine Frau, also sie ist mittlerweile eine Frau, aber es geht darum, dass sie als junges Mädchen, ich glaube mit 16, eine Beziehung zu ihrem Lehrer hatte. Und sie bringt das jetzt vor Gericht. Und was da vor Gericht passiert. Also wo verschwimmen die Grenzen von Überredung, Vergewaltigung, Beziehung? Ich habe mich aus freien Stücken aus Liebe für diese Beziehung und für diesen Mann entschieden. Und auch wieder dieses Wem wird geglaubt? Wer ist denn das eigentliche Opfer? Und immer, wenn man diese Geschichten liest, hat man, hatte ich, und ich glaube, das haben ganz viele, dass man Sachen liest und liest, das habe ich auch schon gemacht, das mache ich immer noch. Und im Buch wird erklärt, warum man das als Frau tut. Und es ist so... Und ich habe jetzt mittlerweile erlebt, ich habe verstanden, warum ich es tue. Und es fällt mir nicht mehr schwer, es nicht zu tun. Deswegen empfehle ich jeder Frau, dieses Buch zu lesen. Die zweite Frau ist verheiratet mit ihrem Mann. Und ihr Mann findet es ganz toll, wenn sie Sex mit anderen Männern hat. Er muss nicht immer dabei sein. Also sie filmt das oder sie schreibt ihm währenddessen Textnachrichten. Und auch da wieder dieses, wo geschieht etwas aus freien Stücken? Oder wann geschieht etwas, weil wir gefallen wollen, gefallen müssen? Und man hat immer wieder auch Rückblenden in die Geschichten dieser Frauen. Wie war das Elternhaus? Wie waren die Mütter zu denen? Wie war von Anfang an ihre Beziehung zu ihrem Körper? Und das ist so... Leute! Jede Frau in dieser Gesellschaft erkennt sich in diesen drei Frauen. Die dritte Frau ist am Anfang ihrer Geschichte noch mit ihrem Mann zusammen und trennt sich dann. Aus Gründen, die wir alle nachvollziehen können. Ein Mann, der sie nicht mehr berührt. Ein Mann, der ihr keine Liebe, Zärtlichkeit mehr entgegenbringt. Eine Frau, die nur noch für Haushalt und Kinder zuständig ist und kein anderes eigenes Leben mehr lebt. Und die sich dann trennt. Und die dann sich in eine Affäre stürzt mit einem verheirateten Mann. Und auch da wieder die Frage, ist es Liebe? Ist es Abhängigkeit? Tut sie das, weil sie ihn wirklich will? Oder tut sie das, damit da überhaupt irgendjemand ist? Was sie alles für ihn tut? Unter welchen Zwängen sie es tut? Warum diese Zwänge da sind? Und ich habe danach von der Autorin noch zwei Bücher angefangen zu lesen. Die waren für mich leider gar nichts. Gar nichts. Aber Three Women möchte ich euch wirklich, wirklich wärmstens empfehlen. Dann habe ich Funny Story gelesen. Das war ja auch ein Buch, was, fand ich, relativ in aller Munde war und was mir auch sehr gut gefallen hat. Und ich möchte definitiv noch weitere Bücher der Autorin lesen. Die habe ich mir auf meine Leseliste für 2025 gesetzt. Bei Funny Story geht es darum, dass eine Frau, also ihr Verlobter hat seine, wie sagt man das, Junggesellenabschiedsparty. Und kommt von dieser Junggesellenabschiedsparty wieder und eröffnet ihr, du, ich bin jetzt mit meiner besten Freundin zusammen. Bitte zieh doch aus unserem gemeinsamen Haus aus. Wir heiraten nicht mehr. Und weil sie natürlich keinen Wohnraum hat, zieht sie zu dem Ex-Freund, der neuen Freundin ihres Ex-Verlobten. Und die wohnen jetzt zusammen. Diese zurückgelassenen Ex-Partner wohnen jetzt zusammen. Und es kommt, wie es kommen muss, es kommt zu Fake Dating. Sie geben vor, weil sie eine Einladung zur Hochzeit der beiden bekommen, geben sie vor, ein Paar zu sein. Und auch zu dieser Hochzeit gemeinsam erscheinen zu wollen. Und müssen dieses Fake Dating natürlich ein bisschen vorantreiben, lernen sich aber auch als Mitbewohner kennen. Und es passiert natürlich, was passieren muss. Es ist von Anfang an klar und vorhersehbar. Sie verlieben sich natürlich ineinander. Und am Anfang fand ich es so schade, dass es so extrem vorhersehbar ist. Aber das Setting ist mega toll. Sie ist nämlich Bibliothekarin. Und wir bekommen so ein paar Einblicke, das liebe ich ja, wie sie Kinder im Lesen fördert. Habe ich geliebt, dieses Setting der Bibliothek. Und die beiden Figuren sind auch wirklich sehr, sehr interessant. Und zum Ende hin habe ich krass geweint, weil es um Bindungsmuster geht. Also welche Bindungsmuster habe ich? Welche Bindungsmuster gehe ich immer wieder ein? Und warum tue ich das? Und da eben auch die Einladung zu nutzen, das mal für sich zu reflektieren. Was habe ich denn für ein Bindungsmuster? Warum gehe ich das ein? Super spannend, super interessant. Kann ich auch sehr empfehlen. Dann habe ich als viertes gelesen von Agatha Christie auf doppelter Spur. Agatha Christie begleitet mich bestimmt schon seit 25 Jahren. Ich habe als Jugendliche jeden Miss Marple Roman gelesen, den es irgendwie gab. Jetzt als Erwachsene bin ich eher so auf Ergübbero gesprungen, obwohl ich gerne mal wieder was von Miss Marple lesen möchte. Aber unsere Bibliothek früher, die hatten jedes Miss Marple Buch. Heute gibt es noch eine Handvoll Agatha Christie Romane, weil das halt alte Bücher sind, die dann irgendwann aussortiert werden. Finde ich super schade, weil gerade jetzt so die Herbstzeit, die Winterzeit, das ist so Krimi-Zeit. Und ihr wisst, ich bin überhaupt nicht für Thriller und Krimis zu haben, wenn das so ganz doll Gänsehaut mäßig ist. Aber Agatha Christie, das kann man gut lesen. Und man weiß nie, wer der Mörder war, bis man es liest. Weil sie natürlich Infos vorenthält, die man nicht hat. Aber man rätselt halt immer so mit und es ist wirklich so dieses, ich glaube, das ist Cozy Crime, Agatha Christie. Agatha Christie, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War ein dünnes Büchlein, habe ich schnell gelesen, war toll. Möchte ich auch weiterhin wieder regelmäßig tun. Nun, dann habe ich, habe ich euch schon kurz gerade gezeigt, habe ich gelesen, die ersten zwei Teile von Grün und Gold. Es wurde im Internet empfohlen für Fans von Hardstopper, weil es um queere erste Liebe geht. Ich finde, es ist aber gar nicht so doll vergleichbar mit Hardstopper. Hardstopper ist schon hier oben und Grün und Gold kann da oben einfach nicht mithalten. Ein Hardstopper ist ein eigenes Universum für sich, mit dem man sich vielleicht auch nicht unbedingt vergleichen sollte. Ich verstehe natürlich diesen Marketing-Trick. Hey, wenn du Hardstopper mochtest, wirst du das auch mögen. Und das ist auch so. Ich mochte das tatsächlich sehr. Grün und Gold, Liebe in allen Farben. Das war, wie gesagt, Teil 1. Ich habe mir das immer, damit habe ich mir, also ich habe halt Grün und Gold-Abende gemacht, weil so ein Comic liest man in 45 Minuten, wenn man ein bisschen langsamer durchgeht und ein bisschen mehr die Bilder betrachtet und darin so ein bisschen eintaucht eine Stunde. Und habe jetzt Teil 1 und 2 gelesen und ich bin in der Geschichte noch nicht sehr weit gekommen. Also es passiert nicht viel in jedem Buch. Ich bin auch immer noch sehr verwirrt. Das Problem ist nämlich, dass viele Charaktere sich sehr ähnlich sehen und dann verwechselt man die ständig. Und ich weiß noch nicht, wer alles schwul ist. Also aktuell, nach zwei Teilen, könnten es, wartet, fünf sein, glaube ich. Also schwul und oder bisexuell. Fünf. Es gibt nicht Nick und Charlie. Es ist so ein... Also es geht schon um diesen Piet. Aber da sind auch noch so viele andere Menschen und ich weiß gar nicht, wer will denn hier was von wem? Wer fühlt sich denn zu wem hingezogen? Wessen Geschichte erzählen wir hier eigentlich? Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen verwirrend. Und ich muss jetzt bis Februar warten, bis Teil 3 rauskommen. Und ich hoffe ja, dass mir der endlich ein bisschen Aufschluss gibt. Wessen Liebesgeschichte erzählen wir hier? Oder erzählen wir gar nicht eine Liebesgeschichte, sondern die von Fünfen oder des ganzen Internats? Denn es spielt in einem Internat. Und wir starten damit, dass die Zehntklässler ihre neuen Patenschüler bekommen. Das sind die Siebklässler, die Jüngsten. Und da lernen wir als Zehntklässler eben auch Piet kennen, der seinen Patenschüler bekommt. Und das ist Tim. Und Tim ist super krass verschlossen. Ich bin sehr gespannt, was Tim passiert ist, dass er so ist. Und ich habe erst gedacht, dass die Liebesgeschichte von Piet und Tim... Ich bin mir ziemlich sicher, dass Piet gay ist. Bei Tim habe ich keine Ahnung. Piet wird aber auch noch von anderen angebaggert. Und eventuell ist Peets Bruder auch gay. Oder auch nicht. Ja, aber es ist wunderschön gezeichnet. Es macht wirklich Spaß. Ich werde es öfter lesen. Vielleicht verstehe ich dann auch noch mehr, wenn ich es noch zwei, dreimal gelesen habe. Aber das ist wirklich so, das nimmt man sich mal einen Abend hin. An einem Abend kann man sogar auch beide Bände lesen. Hat mir großen Spaß gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und als letztes Buch im Monat September habe ich gelesen von Liz Tomford, Mile High. Kann ich auch jetzt für die Zeit empfehlen, weil die Geschichte im Oktober anfängt zu spielen. Und es geht um Sanders und V. Wartet. Stevie. Sanders und Stevie. Sie und V. Und er ist Eishockelspieler. Und sie ist Stewardess. Und sie fliegt quasi nur für sein Team. Also das Team hat eine Crew auf dem Flugzeug, was immer gleich ist. Und dadurch lernen die sich halt kennen und fühlen sich irgendwie zueinander hingezogen. Das Problem ist nur, Stevie hat sich geschworen, nie wieder was mit einem Sportler anzufangen, weil sie schon einmal von einem Sportler extrem verletzt wurde. Und Stevie, und das ist der Grund, warum ich angefangen habe, überhaupt dieses Buch zu lesen. Stevie ist plus size. Und das ist so ein wichtiger Bestandteil dieses Buches, weswegen ich euch das Buch auch empfehlen möchte. Die Story haben wir schon oft gelesen. Sports Romance, Forbidden Love, Enemies to Lovers. Das haben wir schon oft gelesen. Aber diese Thematik mit dem plus size ist so gut gemacht. Das habe ich so gut noch nie gelesen. Weil es wirklich mal ernsthaft thematisiert wird und sie ausspricht, was sie für Schwierigkeiten mit ihrem Körper hat, was die Gesellschaft damit zu tun hat, was ihre eigene Mutter damit zu tun hat und was das halt im Dating bedeutet. Und auch wie Zen das handelt, ist, so wünschen wir uns das. Aber auch wenn es dann um Sex geht, wie fühlt sie sich dann mit ihrem Körper? Wie kann er ihr ein besseres Gefühl geben? Das habe ich geliebt. Das war so perfekt umgesetzt. Und Stevie wird wirklich, es gibt ja auch plus size Figuren in Romanen. Weiß ich nicht. Wenn ich mir die so vorstelle, denke ich, die haben wahrscheinlich eine Größe 40. Kannst du bitte meine Ketten in Ruhe lassen? Oder so, ne? Hier bei Stevie reden wir schon von was mehr. Und da wird auch explizit darauf eingegangen, wie ihr Körper aussieht, warum der so aussieht, was sie für Schwierigkeiten damit hat. Oh, Leute, ich liebe das. Und natürlich kommt es dazu, dass die Presse Wind davon bekommt, dass die beiden was miteinander haben. Und sie wird in der Luft zerrissen im Internet. Diese dicke Frau, die doch gar nicht mit diesem sexy Bad Boy zusammen sein kann. Das ist doch unmöglich. Und das ist so, Leute. Es ist so relatable. Ich habe das so, so, so geliebt. Also wie gesagt, die Story haben wir so oft schon gelesen. Aber dieser Punkt, der hat mich wirklich begeistert. Und deswegen ein Buch, was ich euch auch sehr ans Herz legen möchte. Ich werde jetzt anschließend sofort Teil 2 lesen. Es ist eine Reihe, die Windy City-Reihe. Und ich weiß auch schon, um Wind's geht. Hat man hier schon kennengelernt. Freue ich mich sehr drauf. Das war es an Büchern. Ich habe viel an Serien geschaut. Ich habe natürlich Emily in Paris Staffel 4 geschaut. Ich habe gewartet, bis alle Folgen draußen waren, weil es war ja wieder so doof, dass ein Cut gemacht wurde. Und erst der erste Teil, die ersten fünf Folgen rauskam, dann die zweiten fünf Folgen. Ich habe gewartet, bis alles draußen war und habe dann Emilys in Paris Staffel 4 geguckt. Und ich habe gedacht, das ist die finale Staffel. Jetzt kommt noch eine Staffel. Leute, das ist ausgelutscht. Es passiert immer wieder dasselbe. Die geraten immer wieder in neue Beziehungen. Die reflektieren ihre Beziehungen nicht. Es geht immer um denselben Kern. Und wenn ich mir denke, wenn es jetzt noch nicht mit dem funktioniert, lass es doch einfach bleiben. Das ist nicht gesund. Lass den einfach. Warum noch eine fünfte Staffel? Es macht Spaß zuzugucken, aber es müsste ein Ende geben. Was ich nicht geguckt habe, war Only Murders in the Building. Weil da ist es so, dass jede Woche eine neue Folge rauskommt. Immer dienstags. Und auch da warte ich einfach, bis alles draußen ist und gucke das dann im Oktober. Weil gerade bei so einer Krimiserie will ich nicht eine Woche warten müssen. Das kann ich nicht mehr. Ich weiß, wir mussten da früher alle durch. Da war das so. Heute muss ich das nicht mehr und ich mache das nicht mehr. Dann liebe ich ja sehr die Videos von Julian Bam. Die Hauptvideos werden fortgesetzt und ich habe natürlich die Zahnfee und der Mann im Mond. Akt 4, glaube ich, ist es jetzt mittlerweile schon geguckt. Wer diese Videos auch guckt, kommentiert es mal bitte unbedingt. Wir lieben die hier zu Hause. Dann gucke ich aktuell die aktuelle Bachelorette-Staffel, weil das ist ja eine Bi-Bachelorette. Da sind Männer und Frauen Zucker. Zucker vor allen Dingen, wie die Frauen die Männer erziehen. Ich liebe das. und wie im deutschen Fernsehen gezeigt wird, wie dumm Männer sind und dass es keine Entscheidung ist, homosexuell zu sein, weil sonst würden sich alle Frauen dafür entscheiden, auf Frauen zu stehen und nicht auf Männer zu stehen. Und diese Staffel zeigt das so explizit. Ich liebe das. Wer guckt die aktuelle Bachelorette-Staffel? Ich möchte mich mit euch darüber austauschen. Ich liebe das. Ich bin ja sonst gar kein Trash-TV-Gucker, aber das liebe ich. Dann habe ich auf Empfehlung meiner Freundin geguckt Ein neuer Sommer. Das ist eine Miniserie auf Netflix. Das ist so eine überkrasse reiche Familie, die natürlich alle einen unglaublich schrecklichen Charakter haben und ganz viele Geheimnisse. Und es ist was machen die Amerikaner, die also bevor die Hochzeit ist, den Tag vor der Hochzeit, gibt es so ein Probeessen oder sowas und da stirbt die Trauzeugin. Und in dieser Serie wird halt aufgewickelt, wer denn nun die Trauzeugin umgebracht hat. Im Grunde konnte es jeder sein. Es war sehr unterhaltsam. Ich war froh, dass es eine Miniserie war. Davon hätte ich jetzt nicht mehr als was waren es denn? Zehn Folgen, glaube ich, gucken müssen. Aber es wäre sehr unterhaltsam. Hat viel Spaß gemacht. Möchte sowas gerne wieder öfter gucken. Kein Blut bitte und so Scary Moments. Das nicht. Aber so ein bisschen miträtseln, wer denn jetzt der Mörder war. Das würde ich gern. Empfehlungen bitte unten in die Kommentare. So, jetzt musste ich einmal kurz meine Kamera in den Strom anschließen. Und dann habe ich, ich liebe das sehr, bei Netflix werden immer im Banner oben Empfehlungen gezeigt. Und da kam ich auf die Serie Nobody Wants Death. Ich habe das gleich meiner Freundin geschickt. Die hat die Serie noch vor mir zu Ende geguckt. Und zwar geht es um eine junge Frau, die lange datet und da immer wieder Fails erlebt. Und die lernt jetzt auf einer Dinnerparty einen Rabbi kennen, der auch gerade frisch durch eine Trennung geht. Und die beiden versuchen jetzt zu daten und eine Beziehung zu führen. Das ist gar nicht so einfach, weil er ein Rabbi ist. Und eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, nur jüdische Frauen für ihn eigentlich in Frage kommen. Und deswegen versuchte er das am Anfang noch so ein bisschen geheim zu halten. Dann ist die Problematik, dass seine Ex-Freundin die beste Freundin seiner Schwägerin ist. Heißt, die Schwägerin mag die neue Freundin nicht nur, weil sie keine Jüdin ist, sondern auch nicht, weil ihre beste Freundin halt die Ex-Freundin ist. Und das ist so... Das ist so krass, aber es ist sehr schön. Das ist eine schöne Rom-Com-Serie mit zehn Folgen mit vielleicht hoffentlich eventuell noch einer zweiten Staffel, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Kann man sehr gut gucken. So, was habe ich an Filmen geguckt? Ich habe als erstes geguckt See You on Venus. Das war auch auf Netflix. Und zwar eine junge Frau, die sich auf die Reise macht, ihre Mutter zu finden, weil sie quasi ins Kinderheim kam, in das System kam, in zig Pflegefamilien kam und jetzt halt 18 ist und sich auf die Reise macht, ihre Mutter zu finden und dabei einen jungen Mann mit einsackt und den da auf diese Reise mitnimmt. Das war super süß. Kann man wirklich schön gucken. Hatte dann auch nochmal so einen Twist, wo ich erst dachte, nein, nein, muss ich jetzt am Ende ganz viel heulen. Oh, bitte nicht. Ich habe nicht erwartet, dass es so ein Film wird. Ich kann euch beruhigen, es wird nicht so ein Film. So, dann habe ich Ugly geschaut und dank euch weiß ich jetzt auch, dass es eine Buchverfilmung ist. Ich war kurz davor, die Bücher jetzt zu lesen, weil ich echt gespannt bin, wie es weitergeht. Ah, weiß ich noch nicht. Manchmal können die Bücher auch scheiße sein. Ich warte vielleicht doch lieber auf den Film, weil Ugly, was ich nicht wusste, endet mit einem Cliffhanger und es gibt mindestens einen zweiten Teil. Worum geht es in Ugly? Es ist eine Dystopie. Wir leben in einer Welt, wo wieder ganz viele Lebensweisen, Lebensarten sich abgespalten haben. Alle haben eine schöne Mauer um sich rum und wo wir starten, das ist eine Stadt, in der wirst du isoliert, bis du 16 bist, weil da bist du hässlich. Mit 16 hast du dann deine verändernde OP. Also es geht los. Also wirklich so, da wird dir die Nase gemacht und kriegst eine neue Haarfarbe und eine neue Augenfarbe. Alles wird an dir verändert. Und das Verrückte ist, dass während die Aussätzigen da in ihrem Wohnheim leben, wird ihnen an ihre Zimmerwand tagtäglich projiziert, wie sie nach dieser OP aussehen. Und damit werden sie täglich konfrontiert, dass sie hässlich sind und dass nur das das schöne Idealbild ist. Und nur wenn sie die OP hatten, dürfen sie dann am allgemeinen Leben teilhaben. Schon das ist so krank. So, und wie es immer in Dystopien ist, haben wir Rebellen, die raus wollen, die über die Mauer wollen, weil da hinter der Mauer gibt es andere Lebensarten, wo du nicht diese OP durchziehen musst. Und da lernt dieses Mädchen, die Hauptdarstellerin, die wir begleiten, dass sie nicht hässlich ist. Ja, aber es endet mit einem Cliffhanger. Leute, das habe ich nicht erwartet. Das war ein Schock, wo ich dachte, nee, nee, jetzt müssen wir doch weitermachen. War ein toller Film, war ein genialer Film, wirklich ugly. Netflix, kann ich euch sehr empfehlen. Dann waren wir im Kino und haben den neuen Minions-Film gesehen. War okay. Und wir haben die Schule der magischen Tiere Teil 3 gesehen. Das war von daher super spannend. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Keines meiner Kinder hat die Bücher gelesen. Aber das war insofern spannend, dass in der Stadt, in der wir den Film im Kino geguckt haben, sehr, sehr viele Szenen gedreht wurden. Ich glaube, bis zu 13 Stück. Und den Film zu gucken und immer wieder, ah da, das war so cool. Und es ist ein super Thema. Ich finde das thematisch, den Thema, das Thema des dritten Films so gut. Es geht um Wald, es geht um Natur. Die Lieder natürlich wieder toll. Die laufen hier jeden Tag bei den Kindern. Die Lieder des Films. Super gut. Und ich mag es, wenn ich als erwachsene Begleitperson einen Kinderfilm gucke und da trotzdem Spaß dran habe. Und ich ständig auf die Uhr gucke, wann es denn jetzt vorbei ist. Dann ist es für mich ein guter Film. Und haben als Vorschau gesehen, das wusste ich schon vorher, dass die Woodwalkers-Buchreihe verfilmt wird. Und das wird der nächste Film sein, den wir uns, ich glaube, die kommen im November raus, den wir uns anschauen werden. Und dann haben wir immer Freitags, also nicht in den Sommermonaten, aber wenn es dann so in den Herbst geht, haben wir immer Freitag unseren Filmeabend zu Hause. Und es ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach, mit einem Elfjährigen einen Film zu finden, den der noch mit uns gucken möchte. Empfehlungen? Sehr gerne in die Kommentare. Ich hatte eine Reihe gesucht, weil ich dachte, da sind wir ein paar Wochen abgesichert. So, Twilight ist noch nichts. Dann hatte ich überlegt, Percy Jackson, habe aber gedacht, weiß ich noch nicht so genau, ob das schon was für die Achtjährige ist. Harry Potter, wir stehen beim ersten Film seit Jahren. Meine Kinder finden den ersten Teil schon sehr gruselig. Ich würde dieses Jahr noch mal den Versuch wagen, über den ersten Film hinaus zu kommen. Aber vielleicht muss ich auch noch ein paar Jahre warten. Und heute, gestern, heute Morgen, gestern Abend, wurde ich darum gebeten, ob ich nicht einfach alle Harry Potter-Bände vorlesen kann. Klar. So, also, jetzt komme ich zum Punkt, was wir jetzt angefangen haben zu gucken, ist die Narnia-Reihe. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die noch nie geguckt, ich glaube, ich war damals, als die rauskamen, schon zu alt dafür und habe deswegen nie die Narnia-Reihe geguckt, die Bücher auch nicht gelesen. Und deswegen haben wir jetzt Teil 1 und 2 schon geguckt, es hat mir wahnsinnig gut gefallen, den Kindern auch, sogar dem Elfjährigen. Die sind wahnsinnig lang, also die gehen ja auch über zwei Stunden, die sind wirklich lang, die Filme. Und am Ende des zweiten Teils habe ich Rotz und Wasser geheult. Wirklich, da ging gar nichts mehr. und diese Woche, da ist ja aber schon Oktober, werden wir sozusagen Teil 3 gucken und das ist ja dann aber der letzte Teil. Da muss ich mir wieder was Neues überlegen. Deswegen, also gerne Filmreihen, aber ansonsten auch gerne einzelne Filme, die wir mal so, wo man uns zumindest mal die Trailer angucken können und überlegen können. Ich brauche da neuen Input. Deswegen bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. auch super gerne. Was habt ihr gelesen? Was habt ihr gesehen? Was habt ihr gehört? Was könnt ihr empfehlen? Da freue ich mich immer sehr drauf. Ich habe mir schon, weil ja morgen der 1. Oktober ist, mein Deckblatt für den Oktober vorbereitet. Und da steht sogar schon was drin. Wollt ihr sehen? Weil, ich weiß jetzt schon, dass am Donnerstag Hardstopper Tag ist. Da kommt die dritte Staffel Hardstopper raus. Die habe ich mir bei Serien schon mal eingetragen. Auch Only Murders in the Building möchte ich im Oktober gucken. Und natürlich Narnia, Teil 3. Und ich habe auch eine Podcast-Empfehlung nächsten Monat. Dazu aber im Oktober. Dann mehr. Ich hoffe, der Monatsrückblick hat euch wieder gefallen. Ich freue mich sehr über eure Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Das hilft mir hier mit dem Algorithmus sehr weiter. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Folgt mir sehr gerne auf Instagram. Der Account ist unten in der Infobox verlinkt. Und teilt meine Videos gerne mit anderen Lesebegeisterten. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ich euch meine Herbstbücher für dieses Jahr zeige. Bis dahin. Tschüss.